hallo liebe leute und herzlich willkommen zum täglichen coin trend ja ich habe noch ein extra video für euch aufgenommen was dann später am tag online gehen wird wo ich euch ein bisschen erkläre worauf ihr bei youtube achten sollt damit ihr ein bisschen besser einschätzen könnt könnt ihr der meinung vertrauen könnt ihr dem glauben schenken was die sagen und wie viel ist diese information wert sie ist wie immer viel zu lang geworden aber ihr wisst schon wenn ihr meine videos gucken wollt dann müsst ihr da leider durch nein könnt ihr euch dann anschauen wenn es euch interessiert wir wollen aber natürlich auf den kurs von heute gucken da bitcoin ein bisschen tiefer gegangen ist wir haben jetzt schon unser erstes ziel erreicht unser erstes ziel war 9500 ihr seht das hier unten das sind 9500 wir sind dann mit der mit einem dort runter gegangen 9200 mal die spitze nach unten und ja da war es dann letzte letzte woche letzte woche gestern gestern war es dann auch so dass ich ja gesagt habe bin mir noch nicht so sicher eigentlich haben wir noch keinen wirklichen keinen wirklichen umkehrsignale jetzt in der jetzigen position ist es ganz interessant und zwar haben wir im 1 stunden chart genau den habe ich ja auch hatten wir die umkehrsignale wir haben hier eine sieht das hier wäre eine schöne aufwärtsbewegung vom rsi gehabt hier in der abwärtsbewegung sehen wir schon eine divergenz ich für alle die noch nicht 5000 mal das von mir gehört haben zeige ich das ihr seht dass der kurs selbst stark nach unten geht ihr seht das hier schließt der kurs geht wieder hoch und geht wieder nach unten das heißt wir haben und ihr müsst dabei jeweils das ende der katze nicht den dort nehmen dann habt ihr auf jeden fall eine abwärtsbewegung im kurs gehabt und wenn wir uns das ganze im rsi dann gucken grüne linie hier dann sehen wir dass es eine seitwärtsbewegung war es ist minimal aufwärts gegangen ist es aber immer ja eher eine seitwärtsbewegung und das ist eine sogenannte divergenz das heißt der indikator zeigt etwas anderes an als der kurs selbst und da der kurs da der rsi hier zum beispiel er zeigt wir sind eigentlich auf dem gleichen level geblieben ein bisschen höher geblieben höher gegangen sogar heißt dass der kurs muss hier langsam folgen der kurs ging also runter hat dann haben hier die divergenz und die deutet dann auf einen auf eine wende hin weil es von hier aus wieder weiter nach oben geht daraufhin der kurs hat das ganze dann auch genommen und ist von dem an wieder etwas hoch gegangen ähnlich ihr seht es hier im cci und da haben wir das spielchen ja schon mal durchgespielt auch wieder erste spitze zweite spitze erste spitze sehr tief zweite ist höher also divergenz geht nach oben und ab hier habt ihr dann ein kaufsignal wenn wir hier wieder in den normalbereich kommen hat hier also auch ganz gut gepasst wie geht es von hier aus an weiter ich kann euch ganz klar sagen dass ich jetzt noch nicht weiß weil jetzt noch mal gucken wie das was fibonacci hier sagt normalerweise so haben wir dann immer noch mal einen kleinen dip danach hier sieht man sieht es ganz gut vom fibonacci her von der spitze hier angefangen als es runter ging bis zum tiefsten punkt und wir sehen wir haben die 0,5 linie hier schon getroffen und da kann es sehr gut sein dass wir hier noch mal runter gehen wie tief das kann ich euch leider nicht sagen weil wenn wir jetzt wieder in den höheren zeitrahmen gucken wir sehen das hier im zwölfer chart also 12 stunden haben wir von diesen wendepunkt signalen hier noch nicht wirklich irgendwas zu finden es würde ein paar leute geben die das jetzt im stochastischen sehen hier da muss ich jetzt mal kurz zählen also das problem an dem ist dass wir viele kerzen haben 1234567810 1112 13 14 15 167 Es ist noch im Rahmen. Wenn ihr diese Divergenzen zeichnet, müsstet ihr euch bitte immer darauf achten, dass der RSI und der stochastische RSI auf 14 Kerzen berechnet werden. Das heißt, sobald es über 14 hinausgeht, wird diese Berechnung ungenau. Dann kann man diese Divergenzen nicht mehr so einfach einzeichnen. Beim RSI ist die Berechnung so, dass man das auch bis zu 20 Kerzen machen kann. Beim stochastischen RSI ist die Berechnung einfach viel, ich nenne sie mal schärfer, sodass man, sobald man über 14 kommt, Probleme bekommt. 16 ist sicher noch okay. 18 sehe ich schon ein bisschen kritisch. Alles, was drüber geht, kann man einfach nicht mehr benutzen, weil das die Rechnung dann, man vergleicht sozusagen Äpfel und Birnen dann an der Stelle, weil die Berechnungen unterschiedlich sind. Darauf müsst ihr bei Divergenzen achten. Demnach haben wir, wir haben hier noch nicht ein wirkliches Wendesignal im großen Zeitrahmen. Ihr seht das hier auf der CCI noch nicht. Es geht einfach nur mit der Spitze wieder hoch. Erwarten würde ich und erwartet habe ich, dass es hier hoch geht mit dem CCI, dann noch mal eine Spitze runter macht, die aber nicht ganz so tief geht und von da aus dann möglicherweise sich erholt. Das würde aber bedeuten, dass man hier noch mal runter geht. Wohin? Bis zur Linie hier unten ist das auch möglich. Der CCI hat da, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt erklären soll, also die CCI-Berechnung würde zulassen, dass wir mit dem Kurs hier unten hingehen und er trotzdem eine Divergenz zeichnet. Um das letzte Mal zu zeigen, wann wir so eine Divergenz hatten, das seht ihr hier. Wir hatten hier die Spitze vom ersten Absturz, sage ich mal, von 20.000 runter. Sehen wir hier. Geht es sogar ein bisschen hoch. Es ist also keine saubere Divergenz, sondern da würde man ja sagen, hier und dann hier tiefer. Aber wir sehen hier im CCI tieferer Punkt und hier etwas höherer Punkt. Zeigte dann den Aufwärtstrend und von da an, als das Kaufsignal kam, ging es sehr deutlich nach oben bis hier hin. Von da aus dann wieder runter. Ich hoffe, hier eine saubere Divergenz hinzubekommen, sodass man ein ganz klares Wendepunkt-Signal hat. Um das aber noch genau so zu sagen, es muss erstens nicht nochmal tiefer gehen. Zweitens, es muss nicht auf 8.000 gehen. Wir haben den ersten Punkt von 9.500. Das war das erste Ziel, wo ich gesagt habe, daran glaube ich auf jeden Fall, das haben wir getroffen. Auf anderen Plattformen war es auch im 8.000er-Bereich, aber ich benutze immer den von Bitmax, weil die eine Berechnung aus dem Bitstamp und dem GDEX-Kurs, ich hoffe, das stimmt jetzt, die nehmen auf jeden Fall die Berechnung aus Kursen von zwei verschiedenen Plattformen, rechnen die zusammen. Da ist für mich dann ganz gut, dass dann Manipulationen auf einer Börse halt ein bisschen rausgerechnet werden. Es ist ein wichtiger Entscheidungspunkt. Wir haben 0,5 erreicht, hier auch vom Fibonacci her ist ein wichtiges Level. Es kann sogar bis zu 12.400 gehen und von da aus nochmal nach unten drehen. Das ist im Bereich des Möglichen. Ganz wichtig hier, als wir von 5.000 auf 2.900 gegangen sind, da habe ich ja den Punkt auch vorausgesagt, das hat ja auch wunderbar funktioniert und so weiter. Als wir dann wieder gestiegen sind, bin ich davon ausgegangen, dass wir nochmal einen Tiefpunkt sehen, der ein bisschen höher ist, um halt auch diesen, den sogenannten doppelten Tiefpunkt zu setzen. Ähnlich wie das jetzt dann hier wäre, auch wenn ich hier ja natürlich noch auf einen tieferen warte. Und ich habe zu lange an dieser Variante festgehalten. Bitcoin hat sich dann weiter erholt und dieser zweite Tiefpunkt ist nie gekommen. Und ich möchte auf jeden Fall den Fehler nicht nochmal machen, deswegen bin ich hier etwas vorsichtiger. Mein Plan besteht weiterhin, dass man von hier abprallt und auf jeden Fall nochmal zumindestens in den Bereich geht. Eigentlich sogar noch hier unten hingeht. Aber, wenn der Chart sich anders entwickelt, werde ich von dieser Variante halt einfach abweichen, weil es ist blöd, sich da lange daran festzuhalten. Ich muss aber dazu sagen, dass ich in einer Situation bin, wo mich das nicht sehr stören würde, weil meine gesamten Coins, also ich habe das sowieso, ich habe das nicht in Dollar, ich habe das nicht in Tether, das ist sowieso in BTC oder in Altcoins. Für mich also kein, wenn es jetzt hoch geht, habe ich deutlich weniger Gewinn gemacht, als ich wollte, weil ich natürlich auch long gehen möchte, wenn es tiefer ist und ich will sogar noch mehr Fiat-Geld nutzen, um hier einzukaufen, sollte es hier unten hinkommen. Ja, aber ich verlasse mich nicht blind darauf, weil, ja, das kann einfach schief gehen und wäre dann ziemlich blöd. Gut, ich hatte auch einen Kumpel, mit dem habe ich schon lange darüber geredet, wir kennen uns nur aus der Uni und ich habe ihm gesagt, schon vor vier, fünf Tagen habe ich ihm gesagt, er soll sich bereit halten zu kaufen. Mit dem habe ich auch geschrieben und dann war es schon unter 10.000 und dann habe ich ihm gesagt, es ist unter 10.000, kaufe, es ist wirklich unter 10.000, absolutes Schnäppchen, auch wenn ich glaube, dass es noch auf 8.000 noch was geht. Ich hoffe, er hat es gemacht, nach der Nachricht, die er mir geschickt hat, glaube ich es persönlich nicht. Ich hoffe aber das Beste. Gut, soviel zu der Erzählung, was hier den Kurs angeht. Ich kann es euch gerade nicht aktuell sagen, nicht genau sagen. Achtet auf diese wichtigen Punkte, sobald man hier oben hinkommt in den 13.000er-Bereich. Hier gibt es einen wichtigen Widerstand um, ich sehe hier 2.800, 2.900, 12.000, sorry. 12.800, nee, 12.000, hier fängt es an und 12.400 wäre das Fibonacci-Level, das wäre auch noch in Ordnung und darüber haben wir den wichtigen Widerstand 12.800. Wenn wir in diese Bereiche kommen, dann wird es so, so unwahrscheinlich, dass es überhaupt tiefer geht als 9.000 und ich habe immer lieber den Bitcoin anstatt, ja, 100, also den maximalen Profit wird man halt nicht immer hinkriegen, also wird man nie hinkriegen und deswegen bin ich lieber dann immer in BTC, nichtsdestotrotz kann ich mir auch noch vorstellen, hier noch short zu gehen. Das ist aber eine Sache, die ich mache, das würde ich keinen empfehlen. Schaut, wie er sich entwickelt. Ja, wenn ihr günstig reingekommen seid, habt ihr auf jeden Fall nichts falsch gemacht, würde ich sagen. Wir wollen ein bisschen auf die anderen Coins gucken und weil ich den, weil ich da heute einen Kommentar hatte, heute wieder alles grün, natürlich ist heute auf CoinMarketCap alles grün, weil wir den Vergleich von 24 Stunden haben und vor 24 Stunden waren wir hier in dem Knick hier unten und logischerweise ist dadurch alles grün. Das heißt nicht, dass wir einen tollen Tag hatten in den Altcoins und so weiter. Das heißt einfach nur, dass wir es mit dem tiefsten Punkt vergleichen. Dementsprechend lasst euch nicht verarschen von der Anzeige hier, dass alles irgendwie zweistellig grün ist. Es ist einfach nur der Vergleichspunkt, der sehr niedrig liegt. Ja, ich habe jetzt schon so viel gelabert, dass ich die anderen ein bisschen kürzer behandeln werde. Bei OMG, einer der Coins, die ich über den nächsten Monat nur empfehlen kann. Wirklich tolle Entwicklung und so weiter dahinter. Was ich ganz interessant fand, das habe ich mir vorher angeguckt, wenn man hier Fibonacci nutzt vom tiefsten Punkt vom Anstieg bis zum höchsten Punkt, dann hätte man 0,618, das ist immer so der magische Punkt, den man für einen Einstieg nutzen sollte, wunderbar gepasst. Wenn man hier dann eingekauft hat, deswegen für solche Einstiege könnt ihr mal so gutes Fibonacci nutzen. Hier ist es ein bisschen drunter gegangen, trotzdem aber für mich ein perfekter Einstiegspunkt hier an der Stelle. Dann Monero, Lieblingscoin unserer Lott. Ich gehe auch einer davon aus, einer der sehr guten Performer in 2018. Bei dem hat man den Dip fast gar nicht gesehen. Ihr müsst euch das mal angucken. Wir waren hier oben und klar, dort ging bis hier runter und ich denke mal, wenn man sich das anguckt, sind wir bei 20%. Aber 20% in Krypto bei einem Absturz, das ist lächerlich. Das ist absolut lächerlich. Da kann man nicht mal von Absturz reden, das ist ein normaler Tag eigentlich in Krypto. hat sich von da schon fast wieder erholt. Da sieht man mal, wie stark Monero im Moment ist. Und ja, gerade einer, wenn nicht der beste Privacycoin, den es gibt aktuell, der sicher auch sehr, sehr, sehr gut dieses Jahr und über die nächsten Jahre performen wird. Und dann meinen Liebling, fand ich heute ganz interessant, dass wir schon auf dem Niveau vor dem Bitcoin-Dip sozusagen sind. Also es ging ja Bitcoin so 15. los ungefähr. Das seht ihr hier, da waren wir so in dem Bereich, ein größerer Bereich hier, 156.000, 175.000, also so 160.000 ungefähr. Danach ging es dann halt mit dem Dip los. Und dann seht ihr hier, dass es auch ziemlich runtergegangen ist. Aber wenn man sich hier anguckt, auch alles, was hier irgendwo in dem Bereich um die 120.000 kam, sofort aufgekauft wurde wieder. Und XRB jetzt schon eine extreme positive Entwicklung hingelegt hat und schon wieder auf dem Niveau vor dem Dip ist. Da ist Bitcoin noch lange nicht. Ja, da müssen wir erstmal noch 3.000, 4.000 hochgehen. Und XRB ist im Vergleich zu Bitcoin schon wieder an dem Bereich. Also Monero extrem gut und XRB hier schon wieder auf dem Vorniveau vor dem Dip. Das sind meistens Vorboten von einer positiven Entwicklung. Ich kann euch hier jetzt nicht sagen, ob das jetzt extrem wieder abgehen wird. Aber wenn die sich in solchen schweren Zeiten halten, und gerade von Monero war ich da extrem positiv überrascht, dann werden die wohl, wenn Bitcoin dann nicht explosionsartig nach oben schießt, sondern vernünftig wächst, werden die Altcoins auch mitziehen, gehe ich davon aus. Und gerade Monero sollte einige neue Allzeithochs hinlegen. Die nächsten 2-3 Monate gehe ich davon aus. So, das war's für heute vom Cointrend. Ich hoffe und ich lese noch nicht so viel Panik in den Kommentaren, dass ihr... Einen Kommentar habe ich gelesen. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Es ist alles gut. Wir haben das eigentlich, was vor einem Tag, vor zwei Tagen war, sind wir ja bei Bitcoin aktuell schon wieder hoch. Und allgemein sieht der Markt sehr, sehr stark aus. Deswegen macht euch keine Sorgen. Die Technik wird so oder so nicht weggehen. Wir haben ein tolles Jahr 2018 vor uns. Ja, das war's gewesen, vom täglichen Cointrend. Bei mir ist es 5.22 Uhr, wo die Ersten im Haus schon längst arbeiten gehen und ich noch nicht mal im Bett war. Daher wünsche ich euch einen wunderschönen Start in den Tag. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut. Bis dahin.